Hi Leute, inzwischen kennt doch jeder diesen Artikel 13 oder? Der ist einfach kacke, den müsst ihr anbellen. Oh, was soll man bloß machen, wenn der da ist? Ich hasse ihn so, wow, kein YouTube mehr, weinendes Gesicht. Diese Filter sind doch so sinnlos. Zwar ist ja jeder schon dagegen, aber die Politiker haben leider das Sagen. Das kann doch nicht sein. Großes Problem, wow, nachdenkliches Gesicht, das ist shit. Ciao, ciao, wow, wow.